Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs abhandeln. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Handelt ab. Handelte ab. Hat abgehandelt. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich handle ab. Du handelst ab. Er handelt ab. Wir handeln ab. Ihr handelt ab. Sie handeln ab. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich handelte ab. Du handeltest ab. Er handelte ab. Wir handelten ab. Ihr handeltet ab. Sie handelten ab. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe abgehandelt. Du hast abgehandelt. Er hat abgehandelt. Wir haben abgehandelt. Ihr habt abgehandelt. Sie haben abgehandelt. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich handle ab. Du handelst ab. Er handle ab. Wir handeln ab. Ihr handelt ab. Sie handeln ab. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich handelte ab. Du handeltest ab. Er handelte ab. Wir handelten ab. Ihr handeltet ab. Sie handelten ab. Den Schluss macht der Imperativ. Handle ab du. Handeln ab wir. Handelt ab ihr. Handeln ab sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb abhandeln. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zsepp.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.